Musik Ja, moin moin Leute und willkommen zurück bei Jeriba Zockt Fallout 4 Ja, in der letzten Folge dramatische Szenen, meine Frau wurde umgebracht vor meinen Augen Mein Sohn wurde entführt und ja, das ist so unsere Heimat hier, unser altes Zuhause Und wir werden uns jetzt mal ein wenig umschauen Ich habe beim Schneiden der Videos auf jeden Fall noch gesehen, dass ich hier in irgendeinem Haus ganz offensichtlich eine Kiste vergessen habe Die stand hier auf seiner Fensterbank, ich glaube, das war in dem Haus davor Ich glaube, hier in dem war es Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher Vielleicht war es auch hier Oh ja, da, ich sehe es So Ja, Stimpack Kann man immer gebrauchen So, wahrscheinlich muss ich da über die Brücke rüber Okay Oh ja Oha Das gute alte Lockpicking Prinzip Mit links und rechtem, mit linken und rechten Trigger Oder mit linken und rechten Stick Muss man quasi den Sweet Spot finden Oh Okay Es war hier schon, war hier schon gar nicht so schlecht aus Okay Oh Vielleicht doch eher so Okay Ich bin immer sehr ungeduldig bei sowas Muss man sich dann schnell durchziehen Okay Nice Huuuuh Okay Es hat sich also gelohnt, hier auf jeden Fall nochmal reinzuschauen Das Schlimme ist wirklich, man braucht hier jeden Scheiß Muss man auf deutsch zu sagen Junk Wird jetzt für alles mögliche gebraucht Von daher Fällt es einem natürlich dann immer Noch schwerer Sachen liegen zu lassen Ich meine so eine Waage Können man ja mal gebrauchen Wie man sich so einen Kuchen macht oder so Nicht Ne, wie man mehr Man wollte es ja nie Hätte ich Kuchen gepackt Keine Post Oh, oh Kackfiech War ich hier schon drin Bin mir nicht ganz sicher Oh Ach, die Cooking Station Die hab ich ja noch gar nicht gesehen Gebackene Was, was ich fliege Mh, lecker Okay Witzig Ich hab natürlich auch immer noch meinen Geschniegelten Anzug an Wie voll ist denn mein Inventar so Sieht noch ganz gut aus Wie komm ich in die Die scheiß Butze denn rein Ah Nehmen wir doch hier den Eingang Fernseher Activate Passiert hier nix Passiert hier nix Ist kaputt, Junge Bin mal wirklich gespannt Was ich da nachher alles draus bauen kann Kann man das nicht einsammeln Schauen wir mal nicht Zigaretten Warum kann ich die nicht einsammeln Okay Eine Angel Nice Sorry Leute Sorry Leute Okay Haben wir hier genug Granate Nice Vielen Dank. Was ein schöner Fluss. Oha. Das sieht nicht gut aus. Der ist nackt. Okay, was haben wir uns jetzt hier schönes eingesteckt? Short Double Barrel Shotgun. Das sehen wir auch mal an. Wie sehe ich jetzt aus? Oh, hallo. Ich habe immer noch meine fancy glasses. Das sehen wir uns jetzt. Was? Oh Gott, ich bin echt erschrocken. So, Cooking Station. Warum läuft hier Mucke? Nicht hier Wasser saugen? Nee. What the... Ich habe doch gerade einen Hund gehört. Ich habe echt keine Ahnung, was ich das alles gebrauchen kann, aber... Ich nehme es alles mit. Es ist einfach so viel. Ich muss meine Hacking-Skills austesten. Ich lese euch das jetzt mal nicht alles vor, denn wenn ich jetzt hier wirklich jeden Screen vorlesen würde, dann wäre ich, glaube ich, in einem halben Jahr noch nicht fertig, das Spiel durchzuspielen. Ich habe hier auch noch mal irgendwo was Interessantes drin. Beschissen. Dann halt nicht. Fancy Hairbrush für mein Fancy Haircut. Oh. Zigaretten. Kann man mal gut verkaufen. Oh, hier ist bestimmt noch was da drin, oder? Sieht nicht so aus. Oh. Hallöchen. Hallo. Hey, Mann. Was? Was machst du da drin? Was? Was? Oh. Okay, dann. Wir sind zusammen. Hey, Thomas. Ich bin der Command. Hey. Wait. Hey. 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 Wait. Hey. Wait. Was hat er gefunden? Ach, guck mal hier. Hab ich einen kleinen Schäferhund. Was ist denn das hier noch? Ram? Okay. Keine Ahnung, was das alles ist. Ich nehm sogar Rattengift. Ja, ihr habt bestimmt alle schon die Videos gesehen. Der Hund scheint ziemlich oft zu sterben. Ich hoffe mal, dass es bei mir nicht der Fall ist. Woa, was ist das? Dreckige Scheißratten. Das ist ja widerlich. Doggy Dog. Fein hast du das gemacht. Feiner. Eine Maulwurfsratte. Widerlich. Wo sind das denn, Mensch? Vielleicht kann ich mir da gleich was Leckeres draus kochen. Komm, Doggy Doggy. Vielleicht hat er ja auch Hunger. Vielleicht muss ich dem auch ab und an was kochen. Schauen wir mal, gell? So. Geht schlecht aus. Vielleicht gibt's hier noch... Oh. Grilled Red Roach. Was macht der Hund da? Mole Red Chans. Sag ich doch. Nennt mich Chef de la Cuisine. Ich hab auch bald meinen ersten Michelin-Stern. Ich mach immer die Lampe aus Versehen an. Es wird aber auch langsam dunkel. Vielleicht ist das gar nicht so gut, jetzt hier noch so viel rumzulaufen. Was ist das? Irgendwelche hässlichen... Riesen-Moskitos. Die ganze Knarre ist schon voller Blut. Wo fliegt das scheiß Vieh hin? Noch mehr Häuser. Oh. Wo war das grad nicht aufgeh... Direkt aufgenommen. Ach, hier ist es aber ganz nett. In... In the town. Oha. Ein Bandana. Bobby Pin. Ja. Die brauch ich. Bobby Pin Box. Ja, vielen Dank. Die hab ich am Anfang des Spiels gebraucht. Ich glaube, mein Inventar wird langsam... Immer voller. Ist das Vieh jetzt hier unten, oder was? Psycho. Komm. Doggy Dog. Scheiß Vieh. Scheiß Vieh. Aha. Da musste ich sogar hin. Das trifft sich ja. Ja. Das trifft sich ja. Hey, head over there. Hey, head over there. Hey, head over there. Oh, ich würde gerne das Moped fahren hier. Oh, ich würde gerne das Moped fahren. Oh. Das war schon mal nice. Oh, ich würde gerne das. Oh, ich würde gerne das.